Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Feldexkursion. Wir haben jetzt Anfang September und die ersten beginnen jetzt mit der extrem frühen Aussaat von Roggen und auch Winterweizen. Es ist generell kein Problem, diese Getreidearten so früh zu drillen, wenn Sie darauf achten, dass die Bodentemperaturen unter 16 Grad liegen. Ansonsten kann es eben zu einem verstärkten Krankheitsdruck mit zum Beispiel Schwarzbeinigkeit kommen. Bei Stoppelweizen beispielsweise sollten die Bodentemperaturen unter 12 Grad liegen. Jetzt Anfang September besteht nämlich die Gefahr, dass der Langtagseinfluss noch sehr groß ist und die Sorten anfangen zu schossen und eine schlechte Wurzel ausbilden. Deswegen ist es ganz wichtig, dass Sie geeignete Weizen, besonders Winterweizensorten wählen. Für eine extreme Frühsaat ist es wichtig, dass die Sorte spätschossend ist und einen geringen Anspruch an die Tageslänge hat. Das sind meistens unsere spätreifen Sorten. Eine früh schossene Sorte könnte nämlich jetzt im Herbst noch anfangen zu schossen und dann besteht ein extremes Auswinterungsrisiko. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Beize, die gezielt für diesen frühen Aussaatzeitpunkt abgestimmt werden sollte, um Krankheiten zu vermeiden. Auch die Aussaatstärke nehmen Sie bitte extrem herunter, weil ansonsten jetzt auch mal ganz schnell sechs oder mehr Seitentriebe entstehen und die Bestandesdichte extrem hoch wird und das nachher auch zu einfach kleinen Körnern oder zu einem schlechten Ertrag abhängig vom Standort führen kann. Haben Sie Fragen zu Sorten, zu Aussaatstärken und anderen Punkten, die eben wichtig sind für diesen frühen Aussaattermin, dann rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir sind gerne für Sie da. Einen kleinen Tipp noch am Ende. Haben Sie einen Standort mit einem massiven Gräserdruck, vielleicht auch Resistenzprobleme oder auch häufig Probleme mit Virusvektoren, Blattläusen, Zikaden, dann ist so ein extremer früher Sachzeitpunkt nicht geeignet für Sie. Das war's für diese Woche. Ich freue mich auf nächsten Mittwoch. Bis dahin. Tschüss.